Ein Wassertropfen fällt, schlägt Wellen und ist nun Teil vom See. Enten quaken und plätschern vor sich hin. Bäume werfen ihre Schatten und spielen mit ihnen, lassen sie tanzen mit dem Licht. Eine kleine Wiese umhüllt von den Bäumen, scheinbar unberührt von jeder Menschen Seele und dekoriert von Wiesenblumen. Doch sie sticht heraus. Die Bank am See. Die Bank am See, der einzige sichtbare Beweis von Menschen. Die Bank am See, so oft allein. Keiner kommt zu ihr und setzt sich, bewundert das Schattenspiel begleitet vom Amselkor. Keiner? Außer vielleicht einer. Aber er scheint so unbedeutend, dass er für alle keiner ist. Keiner kommt oft zu der Bank. Doch selten bewundert er das Schattenspiel begleitet von dem Amselkor. Vielmehr redet keiner mit der Bank am See. Er weiß, dass die Bank so einsam ist wie er. Auch wenn keiner durchaus nicht einsam ist, er hat ja die Bank. Keiner ist allein. Aber das ist in Ordnung für keiner. Und das ist in Ordnung für die Bank. Es gibt niemanden, der keiner und die Bank stören könnte, das Schattenspiel begleitet vom Amselkor zu genießen. Aber was ist, wenn keiner nicht mehr kommen würde? Wenn er doch jemand ist und sich dessen bewusst wird? Nicht mehr angewiesen auf die Bank. Dann würde der Wassertropfen trotzdem fallen, dennoch Wellen schlagen und immer noch ein Teil von See werden. Die Enten würden weiter quaken und plätschern. Die Bäume würden vielleicht schon ihre Blätter werfen, sie sägen lassen im Gesang des Windes. Und die Bank am See? Welche Bank am See?